Ich lerne Deutsch. Nummer 15239 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Wir drei kennen uns seit der Schulzeit und arbeiten jetzt im selben Beruf zusammen. Selbst nach einem anstrengenden Tag ist die Katze immer noch quietschfidel und spielt mit ihrem Spielzeug. Selbst nach einem anstrengenden Tag ist die Katze immer noch quietschfidel und spielt mit ihrem Spielzeug. Die Katze ist trotz eines aktiven Tages noch sehr wach, aktiv und verspielt. Warum bist du so unzuverlässig? Wie konntest du das vergessen? Warum bist du so unzuverlässig? Wie konntest du das vergessen? Der Mensch ist der einzige Primat, der auf zwei Beinen geht. Der Mensch ist der einzige Primat, der auf zwei Beinen geht. Diese Tatsache ist wichtig und erklärt eines der herausragendsten Merkmale der menschlichen Evolution. Ich habe die Küche schon aufgeräumt. Du kannst dich ums Wohnzimmer kümmern. Ich habe die Küche schon aufgeräumt. Du kannst dich ums Wohnzimmer kümmern. In meinem Beruf gibt es täglich neue Entdeckungen. Aber wir brauchen mehr Personal, um alles auszuwerten. An jedem Strand gibt es Rettungsschwimmertürme. An jedem Strand gibt es Rettungsschwimmertürme. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like.